Moin Moin meine Freunde und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Hexed Nach mal eben 5wöchiger Aufnahme Abstinence mit dem Scroll Hallo und dem Stevie Hi Und Krischi ist auch dabei Moin Moin Derjenige der voll aus seiner Tastatur rumhascht Ja Kann ich auch Warte mal warum ist das Boah Alter du bist so nervig Krischi ernsthaft Das war gerade Stevie Trotzdem ist Krischi auch nervig Scrolldouche Was wer war das Leute das war gar nicht Fuck Sascha wollte ich vergiften Ich scroll Sorry scroll Was ist das denn da für Leute Hallo liebe Leute Ich hab leider momentan kein Texture Pack mehr Bei mir wollte das Spiel in letzter Zeit nicht mehr laufen Dann musste ich alles neue installieren Und hast du nicht gesehen und weißt Bescheid Bei mir sind die Anzeigen bei dir beide kein Leben Ich hab halt auch genug Leben Wollen wir die Sachen in der Kiste drin lassen? Ja wir wollten nach hier hin gehen Wir haben da nämlich so ein kleines Lavaloch gesehen Und da würden wir jetzt gerne mal hinlaufen So nehmen wir jetzt irgendwas mit oder nicht? Nö warum denn? Aber guck mal da oben sehe ich schon irgendwie eine brennende Blume Warum zum Teufel habe ich eigentlich drei dicke Schwerter? Ja Keine Ahnung Vielleicht brauchst du gleich drei auf einmal Äh Oh ja Behalte ich sie erstmal Scheiß drauf Da hinten ist glaube ich auch ein Eisturm wenn ich es richtig sehr benutze Den haben wir glaube ich schon gedootet da waren wir schon hingegangen Ich glaube wir haben hier so einiges Soll das ein Endo Portal Ein Nether Portal Ein Nether Portal Ein Nether Portal Einfach so ge... Okay Sieht voll cool aus Alter Machen wir kurz erklären warum wir fünf Wochen nicht aufgenommen haben oder? Weil es einfach so war Weil es einfach so war Irgendwas dazwischen gekommen fertig Aber es sieht interessant aus Ey was sind das für... was sind das hier für Steine hier? Der hier Hat jemand Da steht Hier sind schon wieder lauter Endo man Crack... Cracknoride Warte mal kann man da nicht was draus craften? Ne Rüstung Es gibt ne Cracknoride Rüstung ja Wollen wir da mal reingehen? Oh und man brennt wenn man drauf... Hat jemand das gekriegt jetzt? Ich nicht Also ich auch nicht Ich hab keinen Spitzhocker dabei Ich hab eine normale dabei aber keine Oh lol was hab ich denn hier alles mit? Relax mit Haumarsch Warum merkst du mich doch? Oh das war voll Niesen ey Ich musste nur husten Ich bin ein bisschen entkältet Es tut mir leid liebe Leute Alles klar eskalier Musik Eskalier Was denn? Ja du hast wahrscheinlich noch die Grundeinstellung und die Musik Ja aber trotzdem bin ich grad so ganz leise im Hintergrund und plötzlich Dumm 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 Was? Ich hab ja jetzt ein kurzer von nur normales Radio aufbauen ALT Achso was? Achso das hier ist das Lava Ding Was? Das wär irgendwie intelligenter gewesen ne? Ja los spring rein Ach ihr macht das Ich baue kurz ne Teile mit raus Ich kann dir noch mehr Erdblöcke runterwerfen Ach du danke Passt Ja Plan von dieser Session war eigentlich jetzt mal irgendwie Biom finden wo wir was bauen wollen Aber jetzt ist gerade andere Planung Wir wollen erstmal in den Nether so wie es aussieht Ja ich glaub da bleib ich aber weg Ich hab zu viel geilen Stuff als dass ich jetzt in den Nether gehe Mein Gott Das ist der richtige Nether Komm jetzt Rein da Los Erhundschaft erzielt Wir müssen noch tiefer Landschaft wird heruntergeladen Ach du bist schon unterwegs Alles klar Jetzt kommt bestimmt erstmal der Herz Aber das ist der richtige Nether Alles gut Jo 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 Leute Hier wachsen Wollte Bäume Da schau Du bist da auch reingegangen Ja ne ich bring kurz ein bisschen stuff weg Was sind das für Bäume? Hier Nether Gute Frage Ich hab leider nicht mal ne Leider gibt's blaues Da gibt's blaues Holz Jo FFS Beruhigt euch danke Gaues Ghostwood Schade Dein Server ist so schlecht Ich hab die ganze Zeit lags Deswegen will ich nicht mehr mitspielen Den haben wo ich sagt Man tschüss Ja was ist denn das da hin? Soweit ich weiß dürfen wir hier die Bis auf den Nether quatsen Sonst keine Gatze abbauen Warum? Weil entweder kannst du explodieren Oder wir kriegen den Zorn der Zorn auf uns Ja den mach ich rund Was will ich sehen? Was haben wir denn hier? RIP Ok irgendwas was ich nicht abbauen kann Echt? Was für ne Picke hast du denn? Ich hab nur ne Eisen Kobalt ist das Kann ich die Info oben an? Den Shit wollte ich auch hier lassen Naja hab ich ausgemacht Ich hab sie mal angemacht RIP Hier ist irgendwo ein Geist Oh äh Hier sollten wir vielleicht nicht runter fallen Was ist denn der Orangene Block? Der Orangene Der hier unten Das kann ich nur anvisieren wenn ich näher ran bin Dann lass mal näher ran gehen Sooo dann jetzt erstmal kurz das Nether Portal abbauen sagt ihr? Alles klar? Ja dann bauen wir uns ein eigenes wieder raus Hast du Obsidian? Hast du Obsidian? Ich hab sogar wirklich Obsidian dabei Hast du auch ein Feuerzeug dabei? Ja Ja klar Falsch ich bin ein Minecraft Raucher Leute hier ist ein Legendary Zombie Pigman Oin RIP Vorsicht es könnte lag nicht kommen nach Gibt's ihn down? Ja aber der hat schon ein bisschen viel HP Oh ihr seid ja noch da vorne dann Ihr seid schon keine Ahnung wie weit gelaufen Nein wir warten auf dich Oh 11 damage macht er mit einem Hit Ja das ist ganz clever Leute Was? Ähm 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 ok Ja Huohohohohoi Aua Ok der Rare ist glaube ich Ne der Rare ist nicht down Der Rare ist down Uh ich hab was schickes aufgesammelt Nice Alter ist das Spiel lauter Magst du mich auch einmal heilen Stevie? Ach Leute ich weiß warum ich dem kein Charlie macht Ich hab mir meinen Giant Diamond Sword mit zugeschlagen Ja weil äh Diamond Sword so scheiße ist ein Giant Ja also die Die sind immer noch so auf uns Was soll der Bullshit Pass auf hier Oh mein Gott Warte ich hab Oh fuck zu niedrig, oh zu weit nach links, ich habe keine Pfeile mehr, muss ich hier machen. Oh komm jetzt brenne ich auch noch. Oh ich glaube der Server hat, ne, war nicht alles cool. He believes he can fly, ja ich komme. Ich habe ihn tot, wo bist du denn? Ich habe ihm schon geholfen, glaube ich. Die lassen hier alles um mich herum brennen. Aua! Lass mal wieder back gehen, oder? Vor allem sollten wir weg vom Portal, nicht das eine Mistvieche das gleich ausschießt. Oh ja, das ist mega gut. Ja, lauf durchs Feuer, Geeky. Jetzt beim Porten hätte es kaputt geschossen. Das wäre schon witzig. Das wäre schon mega lustig gewesen. Aber interessant, interessant, interessant. Ah ja, das sollten wir uns mal merken. Vielleicht sollten wir hier in der Nähe irgendwo unsere Häuschen aufschlagen. Ich weiß nicht, Schneebium finde ich immer nervig mit Schnee und alles. Darf ich mal? Da unten links einfach runter gehen in das Forest-Gebiet da unten mal. Aber ist da nicht ungefähr das, wo wir das Dorf zerstört haben? Ne, nicht ganz. Sicher? Ja, wenn du M drückst... Du, ich hab ein Minecraft noch installiert. Ich hab nichts mehr auf meiner Minimap. Das Dorf ist nach links oben. Wenn wir nach links unten gehen, ist da meiner Meinung nach ein Wald. Und dahinter kommt eine große Plane. Ja, dann mal für ihn. Go, go. Ah, lass uns doch mal ein paar Sachen holen, weil ich hab noch ein leeres Inventar. Ja, ich hätte gesagt, wir holen die dann eh nachher nochmal alle. Möchte jemand einen Living Metal Glaive haben? Habe ich gerade vorhin mit dem Typen. Was ist ein Living Metal Glaive? Äh, so ein Speer. Ein Living Metal halt. Ich glaube noch ganz gut Damage. Würde ich gerade mal angucken. Zumindest, dass ich den auch mal sehe. Ich hab einen Iron Welf, den. Weil ich hab auch noch... Ja, was hast du für einen Diamond Sword, Sascha? Ich hab einen Giant Diamond Sword mit Scharpens 2. Okay, weil sonst hätte ich dir meins gegeben. Das hat irgendwie was... Habt ihr einfach mal ne Verzauberung drauf? Ja, ich hab auch eine drauf. Hast du denn zu viele, Scrawl? Weil, meins ist gleich kaputt. Ich hab auch nur ein normales. Ja, ja. Das wär super. Guck mal hier, schenke ich dir. Vielen Dank. Das Biome mit den großen Bäumen. Ja, ist voll klar. Alles klar. Kein Problem. Können die sich nicht mal ein bisschen größere Bäume ausdenken? Mann. Wenn wir jetzt noch die einen Mods hätten, könnten wir das, wer weiß, wie krass abbauen. Kannst du, der Mod ist hier drauf. Ja, gell. Okay. Jetzt bräuchte ich nur noch ne Axt dazu. Was hab ich nicht? Ich hab eine. Auf jeden Fall finde ich das krassig geil. Zack, hier ist ein Kürbis. Da ist ein Baum verschwunden. Hallo Kürbis. Oh, Zombie. Wow. Und ich hab nur die scheiß Zap-Tanks dazu eingesammelt. Das ist doch noch ein größerer Mal abbreise. Lass doch die Bäume erstmal stehen. Ja. Jeder Speer ist irgendwie seltsam. Das schlägt mega schnell zu. Oh, das hat ein A. Doch. Was steht denn da rum? Ein Horse in grey. Okay. Wie viele Bäume habt ihr abgebaut? Oh nein. Gar keins. Na doch, nicht seltsam Geräusche. Stevie hat glaub ich zwei abgebaut. Keine Ahnung. Oh Gott. Ich habe 31 Saplings eingesammelt. Also wenn wir nach links unten gehen, dann sehe ich da gerade Planes. Ja, dann lass doch mal hin da. Und gucken, ob's mit da aussieht. What the fuck, Alter. Und was sehe ich hier gerade? Ich habe hier irgendwie eine Hütte oder sowas. Wo es braun ist. Ich vergesse jedes Mal, dass bei der Minecraft Person noch keine Sprint-Taste war. Nee, hier ist eine Hütte. Hier ist eine Hütte. Wo geht's zur Hütte? Hexenhaus, Hexenhaus. Jedes Mal würde ich die Sprint-Taste tätigen. Die Hexen ist nicht mehr da. Ja, da guckt die Hexen raus. Ich habe ein Problem. Was denn jetzt, Regie? Ich weiß nicht, wo ihr seid. Wir sind auf dem Weg nach links unten. Aua. Aua. Ja, ist schon gut hier. Alter, fickt euch. Aua. Na, das ist nicht so wirklich Planes hier, du. Das ist ein bisschen sehr wügelig. Echt? Ja. Ja, bei mir ist es... Ich sehe es halt noch... Ja, klar. Alter, dieses Pferd. Frei mir ins Ohr, Junge. Haha, Dieter. Ich habe mich eben voll erschrocken, ey. Wie laut hast du wirklich schon mal in Minecraft ist das? So laut. Also, wenn wir hier was bauen wollen, müssen wir, glaube ich, ordentlich ebnen. Na, lieber nicht. Alter, Alex vom Arsch. Ja, das siehst du halt vorher nicht, ob das halt... Ne, klar. Das ist ja auch kein Blame. Ich saß dir... Oh mein Gott, zwei Creeper. Ah! Ey, da ist irgendeine schwebende Festung. Überm Wasser. Nice. Checken wir die ab. Oh mein Gott, zwei Creeper. Ich bin dafür. Hier. Wo seid denn ihr? Mal sowas fragen. Ich bin links hier an diesem... Von der kleinen Bucht da. Am unteren Ende. Ach, du bist da hinten. Okay. Weil... Lol. Sind da Diamanten direkt in der Wand? Möglich. Durch. Also, ich bin hier bei Creeper. Du bist bei der kleinen Bucht, oder wo bist du? Bei der Bucht am unteren Ende. Also, bei der oberen Bucht, nicht bei der unteren. Fisch. Fisch. Ja. Ich sag Fisch. Kopf. Zahl. Heifischkopfzahl? Heifischkopfzahl? Heifischkopfzahl. Ist okay. Wo weißt du, wo die irgendwie... Sieht witzig aus hier. Also, bitte nicht runterschlagen, aber ich stelle dich mal hier hin und guck mal. Also, ich muss sagen, mir gefällt die Bucht irgendwie so minimal. Irgendwie aus wie so ein halbiertes Haus quasi. Sag mal, weißt du, wo die sind? Was ist das hier? Ne, tatsächlich nicht. Oh mein Gott. Was seid ihr denn? Wo seid ihr? Was ist das hier? Ich bin immer noch bei der ersten Bucht auf der unteren Seite davon. Ich stehe, ich komm gerade zur Bucht hin. Ja, ich rede mit Krischi und Stevie, Mensch. Was für eine Bucht. Oh mein Gott. Guck auf deine Kack-Mini-Map. Da erkennt man doch wohl ne Bucht. Ja, seh ich. Guck mal hier oben mal grad so ein Tatzel. Vielleicht sollte man dich einbuchten, ja. Ohhhh. Ohhhh. Lol. Vielleicht fliegt einfach mal ein... Das habe ich gerade gesagt, dass da ne schwebende Festung ist. Alter, no. Was ist denn die Motherfucker, ey? Motherfucker, hey. Haben wir die Folgen eigentlich immer 20 oder 25 Minuten lang? 25. Wow. Wow. Hahaha. Ja, okay, okay. Oh, ich hab ne Bucht gefunden. Lecker, Krischi. Du stirbst gleich. Das ist ne schwebende Festung. Rips, Krischi. Muss mir mal schnell die Nase putzen. Ich hab keine Pfeile mehr. Scroll werfen Pfeile zu. Jetzt. Mein egal, Scheiß drauf. Das war fast gut gezielt, Stevie. Ohhhh. Schatttreffer. GG, du hast einen sich nicht bewegenden Typen getroffen. Dann müssen auch du Lutcher, wenn ich dir die hinter dich hinwerfe. Oh. Nice. Meine Fresse. Okay, jetzt sehe ich die flimmende Festung wirklich. Nicht nur auf der Karte. Ohhhh. Was war denn der Scheiß mit Gift hier? Ne, das war keine Absicht. Ich wollte eigentlich den Bogen nehmen, aber der war daneben. Wow. Jaja. So, ist jetzt bitte noch irgendwo ein Zombie oder sowas, dass ich auch wirklich sterbe? Alles klar. Leute, drehen wir mal zur Festung, oder? Ja. Ja. Wie war das mit nem Haus bauen? Nächste Festung. Ja, wir haben doch gesagt, wir wollen uns erst mal ein Biom suchen. Aber wenn wir halt so ne geile Festung schon mal sehen. Oder unten rechts scheint... Ja, da hinten ist das Dschungelgebiet schon. Vielleicht können wir auch die fliegende Festung als Home nehmen. Ich finde das irgendwie schön. Ne, die ist zu eng. Da ist zu wenig Platz. Echt? Meinst du? Und dann noch die fliegenden Inseln hier, das sind drei Stück noch miteinander verbinden. Und das große Piratenschiff, das ich grade entdeck. Mit TNT-Kanonen. Also das... Das wär doch voll witzig. Wo wir wieder alle rippen... Gerippt werden. Und unsere ganze Stuff folieren... Und unsere Teufel ist irgendwie schneller als ich. Was soll der Bullshit? Ja, ganz ehrlich. Ich... Ich fände das voll geil, wenn wir die fliegende Festung jetzt nicht kaputt machen, sondern es wirklich sinnvoll einnehmen. Ja, da wär ich... Dann die ganzen Inseln mit Rücken verbinden und dann uns da hinten so ein... Ne Art... Weißt du, wie in Star Wars 6 so... Einen Berg... Oh, das wär mega nice. Wir haben Bergstahl, so ne... Ne Stadt in den Wäldern aufbauen. Mal im Fügen. Alles klar, ich bin mal oben. Ich warte mal kurz. Oh, da kommt schon Stevie. Wie war das mit Push-to-Talk? Ja. Da ist ein Creeper. Hallo. Langsam, Leute. Oh ne, warte mal, warte mal, warte mal. Der Raum ist bis. Super, komm. Ja, lass es heilen, ne? Lass es heilen, ne? Alles klar. Alles klar. Eigentlich hab ich gedacht, das macht mehr Damage, aber es macht überhaupt keinen Damage, diese komische Living Metal Bullshit-Ding. Brauchen wir Gold vielleicht? Ja. Doch, bau mal ab. Leute, hier ist auf jeden Fall ein Spawner erstmal. Gibt ein Spawner. So, ich finde wir sollten das Gold abbauen. Bau es doch ab. Ne, keine Pinke dabei. Ah, okay, hier hinten ist ein Skelett-Spawner, also dann noch. Hallo? Das hier oben wird. Hier oben ist überhaupt nichts. Oh, richtig spannend, ey. Nicht mal Mobs hier drin. Doch, da unten hat es ganz viele Dinger. Spawner. Spawner. Ja, noch lange, ich suchte schon den nächsten Weg. Spawner abgebaut. Hallo, Zombie. Wie ist der? Oh, oh, Skelett-Spawner. Futen! Was ist denn? Hier unten. Was ist unten? Was ist unten? Also, ich finde das... Was ist unser Geschoss hier? Und jetzt hier so rum so... Ich finde das ganz schick hier, muss ich sagen. Du kannst ja hier hochgehen, Sascha. Ich check nicht ganz, wo ihr nach unten gekommen seid. Ach hier? Ne. Na, einfach hinter den einzelnen... Nein, die gibt es dann leider auch. Ja, aber hier auch. Oh, oh, oh. Warte mal. Pfff. Oh. Oh, oh, oh. Und ich habe den Ender mal nicht angeguckt. Oh, da war nicht. Aber so wirklich spektakulär ist die jetzt nicht, ne? Ach. Oh. 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 Man da ja auch noch, wenn wir reinkommen muss, oder? Ist da noch was drin? bei der schwein ist bei der schwein macht was immer eins bei der schwein leider weiß ich was passiert wenn man den thron abbraucht ich bin runtergekommen ich helfe euch alles cool irgendjemand müsste mal die spawne abbauen erst mal die skeletten weg machen welche spawne ich bin jetzt nach ganz unten gefallen was hast du denn jetzt gemacht hier war so viel loot aber das ist jetzt weg ich habe es nicht aufgesammelt sicher da war nämlich eine dingspitzhacke dabei eine quatsch eine dinge axt eine diamant axt und sowas das war eine netze kleine falle muss ich ja mal sagen ja das ist schon ganz schön neu ist gewesen i like that und krischi hat natürlich erstmal harten abgang gemacht krischi ist irgendwas zu die runde gefallen ins wasser ja ich habe hier noch vier zombies und ein skelett getötet es geht um loot krejee ich bleib scheiße um dein wohler kennen geht es hier niemanden weg gleich oh fuck aahhh meine musik ist auf 14% und sie fickt mir immer noch die wohnen weg ich hab die musik gar nicht erst an ja doch sonst so ruhig hier weil ich selber musik an habe deswegen ho juge ja krass ja theoretisch hätten wir hier ganz durchfallen müssen theoretisch da liegt sogar wirklich noch loot oh lol weint sich kann ich gut damit abschießen hallo steve das dschungelbiom sieht da auch schon interessant aus geklappt im wasser ja sollen wir dann mal drüber gehen zu dem schiff und da hinten ist ein unterwassertempel aaah mit dem schiff sollten wir bis zur nächsten folge warten wir haben nur noch ne minute what im wasser an oder abmoderieren ist scheiße ja ich bin schon im wasser ja noob warum kriegst du Schaden weil sie wie mich haut Skrall weißt warum solange er das solange dass er das hole ist kriegt er jetzt immer einen Schaden lol na dann machen wir das halt eben so oh mein gawd du kommst halt immer wieder mit alle Stinger alter ich hoffe mich zu begiften dann lass mich los das ist doch uncool also hier muss auch noch eine mitgegeben werden alles klar allen einen mitgegeben und gut ist jetzt wenn ich jetzt sterbe ich schwörs dir ich töte dich bis zum ende deines lebens ich töte dich bis zum ende Alter Armona ich töte dich Armona Koi natürlich der Enderman tötet mich jetzt warum kommst du den denn auch an ich hab ihn nicht angeguckt ja musst du ja wo bist du denn ich will dich noch heilen dann kommen Runde du Lutscher oh ich würde ihn ja schon gerne töten jetzt was so jetzt kannst du mal mit ja gut liebe Leute das war's dann aber von der ersten Folge Hextet aus dieser Session wir danken vielmals fürs Zusehen und wunderschöne wenn euch nächstes Mal wieder dabei sein haut rein bis die Tage tschau tschau tschüss